Das Haus St. Wittgenstein ist ein Geschlecht des deutschen Hochadels. Es regierte im Heiligen Römischen Reich mehrere selbstständige Grafschaften bzw. Fürstentümerreichs unmittelbar und war mit Sitz und Stimme im Reichsfürstenrat des Reichstags vertreten. Um 1806 wurden diese Territorien mediatisiert und verloren somit ihre Unabhängigkeit. Danach gehörten die Linien des Hauses zu den Standesherren des Deutschen Bundes. Im Mannesstamm geht das Haus St. Wittgenstein auf das Haus Sponheim zurück. Durch Heirat erwarb das Geschlecht, das in der Grafschaft Sponheim regierte, 1246 die Grafschaft St. mit Sitz auf Burg St. von dem gleichnamigen, ausgestorbenen Grafengeschlecht. Es folgten mehrere Erbteilungen und 1361 kam ebenfalls im Erbweg die Grafschaft Wittgenstein mit Sitz auf Burg Wittgenstein hinzu, deren Herren. Die Grafen von Battenberg und Wittgenstein ebenfalls erloschen waren. Seit 1605 ist das Geschlecht in die drei Linien Zehn-Wittgenstein-Berleburg, Zehn-Wittgenstein-Hohenstein und Zehn-Wittgenstein-Zehn geteilt. Genealogie Grafen von Sponheim Siegfried I. Von Sponheim, der erste urkundlich nachweisbare Namensträger der Sponheimer, kam im Gefolge des Salierkaisers Konrad II. aus Rheinfranken nach Kärnten. Durch Heirat mit der Sieghardinger Erbtochter Richgard von Lavand kam er zu reichen Besitzungen in Tirol und Kärnten. Sein Sohn Engelberti wurde 1090 zum Markgrafen von Istrien ernannt. Engelberts jüngster Sohn Heinrich erlangte 1122 die Herzogswürde im Herzogtum Kärnten und die Herrschaft über die Markgrafschaft Verona, welche die Sponheimer beide bis 1269 inne hatten. Gottfried III. Von Sponheim heiratete 1202 Adelheid von Zehn, eine der beiden Schwestern und Erbinnen des letzten Grafen von Zehn, Heinrich III. Nach dessen Tod 1246 7. fielen Teile der Grafschaft Zahn an Gottfrieds Sohn Johanni, den Begründer der Linie Sponheim-Starkenburg. Sein Bruder Heinrich I. Von Heinsberg begründete die Linie Sponheim-Heinsberg und der jüngste Bruder Simoni. Die Linie Sponheim-Kreuz nach Johanni. Von Sponheim-Starkenburg hatte einen Sohn Gottfriedi, unter dessen Söhnen 1294 eine Erbteilung stattfand. Johann II. Erbte die Grafschaft Zehn und begründete die Linie der Grafen von Zehn-Zehn, sein Bruder Engel Berti. Erbte wallender und ausmütterlichem Erbe die Herrschaft Homburg mit Schloss Homburg und begründete die Linie der Grafen von Zehn-Homburg. Die letztere Linie erbte 1361 die Grafschaft Wittgenstein und begründete damit das Haus Zahn-Wittgenstein. Punkt. Punkt. Grafen von Zehn nach der wahrscheinlich im 10. oder 11. Jahrhundert erbauten Burg Zahn bei Bendorf nannte sich ein Grafengeschlecht. Die Grafen von Zehn, das zum ersten Mal 1139 urkundlich belegt ist. Die Grafen erwarben Nach- und Nachgüter im Westerwald, wo sie um 1180 Dekasekunden schloss und nachfolgend die Stadt Hachenburg gründeten. Ferner an der Sieg- und am Niederrhein. Auch stifteten sie das Zisterzienserkloster Marienstadt. Die genauen Ursprünge der ersten Grafen von Zehn liegen noch im Dunkeln, aber eine Abstammung vom Haus Nassau ist wahrscheinlich. Die ursprünglichen Grafen von Zehn starben 1246 mit dem Tode von Heinrich III. aus. Seine Schwester Adelheid war mit Gottfried III. von Sponheim verheiratet und brachte die Grafschaft Zehn als Erbe an die Grafen von Sponheim. Einige Besitzungen fielen dann an Gottfrieds zweiten Sohn Heinrich von Sponheim-Heinzberg, Herrn der Herrschaft Heinsberg. Der Enkel Gottfrieds III. durch seinen ältesten Sohn Johanni gründete schließlich die jüngere Linie der Grafen von Zehn. Punkt, Punkt, Punkt. Grafen von Wittgenstein der Name der Burg Wittgenstein oberhalb der Stadt Lars für gelegen wird erstmals im Jahre 1174 urkundlich erwähnt. Der Graf von Battenberg nannte sich damals nach seinen beiden Burgen Werner von Battenberg und Wittgenstein. Die Grafen von Wittgenstein waren somit ein Zweig der Grafen von Battenberg, die sich bis 1238 mal von Battenberg und mal von Wittgenstein nannten und deren Besitz um Battenberg und Wittgenstein lag. Mit dem Bau der Burg Wittgenstein um 1187 dienten sie ihr Herrschaftsgebiet bis an die Lahn aus. Im Jahre 1238 wurde die Grafschaft Battenberg und Wittgenstein unter den Enkeln des Grafen Werner I. geteilt. Weidkind II. erhielt die Battenberger Besitzungen und Siegfried I. erhielt die Burg Wittgenstein und die Stadt Lars für 1295. 1395 unterstellte sich Wittgenstein der Lehnsherrschaft der Erzbischöfe von Köln. Graf Siegfried I. erwarb vom Kloster Grafschaft zu dem Eigentumsrechte an dem Ort Berleburg, der 1322 in den Alleinbesitz von Siegfried II. von Wittgenstein überging. 1361 nach dem Erlöschen der Wittgensteiner in männlicher Linie erbten die Grafen E. Berhard und Heinrich von Zein, Söhne der Salentin von Zeyn-Homburg und der Adelheit von Wittgenstein, die Grafschaft Wittgenstein. Die Besitzungen wurden ab 1361 in zwei Linien weitergeführt. Die Besitzungen um Zeyn-Altenkirchen und Hachenburg in der Linie Zeyn-Zein. Die Besitzungen um Homburg sowie das Wittgensteiner Erbe um Lasfö und Bälleburg in der Linie Zeyn-Wittgenstein. Seit 1500 zählte die Grafschaft Wittgenstein zum niederrheinisch-westfälischen Reichskreis, während die Grafschaft Zeyn zum oberrheinischen Reichskreis gehörte. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde die Reformation in der Grafschaft eingeführt. 1606 starb die Linie Zeyn-Zein in der männlichen Linie aus, die seit 1294 die eigentliche Grafschaft Zeyn besessen hatte. Ihr letzter Vertreter, Heinrich IV., hatte schon 1605 die Grafschaft seiner einzigen Verwandten, seiner Nichte Anna Elisabeth, vermacht. Die mit dem dritten Sohn des Grafen Ludwig von Zeyn-Wittgenstein, Wilhelm III., verheiratet war, sodass die beiden Linien für kurze Zeit wieder vereint wurden. Ludwig I., Graf von Zeyn zu Wittgenstein, vereinte beide Grafschaften, Zeyn und Wittgenstein, in einer Hand. Aber schon 1605 teilte er sein Erbe auf seine drei Söhne auf. Der älteste Sohn, Georg, erbte den nördlichen Teil der Grafschaft Wittgenstein mit Sitz in Berleburg sowie die Reichsherrschaft Homburg. Er begründete die Linie der Grafen zu Zeyn-Wittgenstein-Berleburg, die 1792 zu Reichsfürsten erhoben wurden. Heutiger Linienchef und Besitzer von Schloss Berleburg ist Richard Zeyn-Wittgenstein-Berleburg. Von ihr spalteten sich im frühen 18. Jahrhundert die gräflichen Nebenzweige von Karlsburg und Ludwigsburg ab. Begründet durch Karl Wilhelm Zeyn-Wittgenstein-Berleburg und Ludwig Franz II., Zeyn-Wittgenstein-Berleburg, die beiden jüngeren Brüder des Regierenden Berleburger Grafen Kasimir. Der Ludwigsburger Zweig wurde 1834 in den preußischen Fürstenstand erhoben und stiftete die neue Linie Zeyn-Wittgenstein-Zeyn. Der zweite Sohn, Ludwig II., erbte den südlichen Teil der Grafschaft Wittgenstein mit Sitz in Wittgenstein. Er begründete die Linie der Grafen zu Zeyn-Wittgenstein-Wittgenstein. Nachdem Johann VIII. 1647 die Grafschaft Wittgenstein erhalten hatte, nannte sich die Linie Zeyn-Wittgenstein-Hohenstein. Sie wurde 1801 zu Reichsfürsten erhoben. Der letzte Fürst August adoptierte 1948 Christian Heinrich Prinz zu Zeyn-Wittgenstein-Berleburg, dessen Sohn Bernhard als heutiger Linienchef den historischen Titelfürst zu Zeyn-Wittgenstein-Hohenstein führt. Der dritte Sohn, Wilhelm III., war in erster Ehe mit der Gräfin Anna Elisabeth von Zeyn-Eben der 1606 ausgestorbenen Linie Zeyn-Zeyn verheiratet. Er begründete 1605 die Linie der Grafen zu Zeyn-Wittgenstein-Zeyn mit Sitz in Zeyn. Diese Linie starb schon 1636 aus, dass Erbe wurde in die Grafschaft Zeyn-Hachenburg und die Grafschaft Zeyn-Altenkirchen geteilt. Die beide über weibliche Erbfolgen an andere Häuser fielen. Ein Osterlinie Zeyn-Wittgenstein-Berleburg Die Grafen zu Zeyn-Wittgenstein-Berleburg-Ludwigsburg begründete mit Graf Ludwig Franz II. Die dritte Linie der Fürsten zu Zeyn-Wittgenstein-Zeyn. Ludwig Adolf Friedrich Fürst zu Zeyn-Wittgenstein-Ludwigsburg, ältester Sohn des kaiserlich-russischen Feldmarschalls Fürst Ludwig Adolf Peter. Kehrte 1848 mit seiner Gemahlin Leonela Bargetinsky aus Russland zurück, erhielt vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Die Burg Zeyn geschenkt und ließ das am Fuß des Burgbergs gelegene Schloss Zeyn-Neugotisch erweitern. Er gründete in Zeyn ein Fidei-Kommis und erhielt für den jeweiligen Chef dieser neuen Linie den Titel eines Fürsten zu Zeyn-Wittgenstein-Zeyn. Sein ältester Sohn Peter starb kinderlos, der zweite Sohn Friedrich hatte aus zwei morganartischen Ehen Nachfahren. Der dritte Sohn starb kinderlos, der vierte Sohn Alexander verzichtete zugunsten seiner Söhne aus erster Ehe und nahm. Samt seinen Kindern aus zweiter Ehe den Namen Graf von Hachenburg an, Träger des Fürstentitels wurde sein Sohn Stanislaus. Dem Sein-Herr für Ludwig folgte ihm wiederum als heutiger Linienschef sein Sohn Alexander. Punkt, 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 Territorium. Die Grafschaft Zeyn-Wittgenstein lag auf dem Gebiet des heutigen Landes Nordrhein-Westfalen am Oberlauf von Eder und Lahn. Benachbarte Herrschaften waren im Norden das gurkölnische Herzogtum Westfalen, im Südosten die Landgrafschaft Hessen, im Südwesten die Grafschaft Nassau. Wappen Die Grafen von Wittgenstein hatten folgendes Stamm Wappen. In Silber zwei schwarze Pfähle. Es erscheint auch heute noch in einer Reihe aktueller Gemeindewappen Z.B. Punkt, 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 Punkt. Die Grafen von Zeyn-Wittgenstein hatten ein Stamm Wappen mit vier Feldern im Hauptschild sowie einem Herzschild. Hauptschild Feld 1 und 4. In Silber zwei schwarze Pfähle für Wittgenstein. Hauptschild Feld 2. In Rot eine zweitömmige silberne, schwarzgefugte Burg für Homburg. Hauptschild Feld 3. In Schwarz ein mit drei schwarzen, rechtsgewandten Schweinsköpfen belegter silberner Schrägbalken für Freusberg. Herzschild. In Rot ein goldener Gelötter Leopard für Sein. Fürstentitel und Namensführung Prinz zu und Fürst von Zeyn-Wittgenstein. Seit Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung vom 14. August 1919 tragen alle deutschen Familienangehörigen der verschiedenen Linien den bürgerlich-rechtlichen Familiennamen Prinz bzw. Prinzessin Zeyn-Wittgenstein. Die einst in primogene Tour verliehenen Fürstentitel können mit dem Fortfall der Adelstitel als Teil des Familiennamens nicht mehr vererbt werden. Sie werden jedoch von den jeweiligen Linienchefs teilweise inoffiziell noch geführt. Im Oktober 1904 hatte sich jedoch ein neuer bayerischer Zweig von der Familie abgespalten. Prinz Hermann zu Zeyn-Wittgenstein-Hohenstein, der eine unstandesgemäße Ehe mit Gertrude Katharina Westenberger eingegangen war. Und sein aus dieser Verbindung stammender Sohn Alexander wurden in die Adelsmatrikel des Königreichs Bayern in der Fürstenklasse eingeschrieben. Allerdings unter dem Namen von Zeyn-Wittgenstein. Prinz Hermann verzichtete am 23. Januar 1905 auf die Zugehörigkeit zu dem Hause Zeyn-Wittgenstein-Hohenstein. Die österreichische Prävalierung der Familie erfolgte am 11. Juli 1912 in Wien. Die beiden Familien zu Zeyn-Wittgenstein und von Zeyn-Wittgenstein stehen somit in keiner rechtlichen Verbindung zueinander. Durch von Titelhändlern vermittelte Adoptionen Namensübertragung in weiblicher Linie USW hat sich dieser Familienname aber inzwischen auch an zahlreiche bürgerliche Namensträger verbreitet, die nach dem Adelsrecht weder dem historischen Adel noch dem Haus Zeyn-Wittgenstein angehören. Es soll inzwischen über 30 solcher Namensträger geben. Auch sind einige Fälle von Betrügerei und Hochstaplerei bereits Gegenstand von Gerichtsverfahren gewesen. Die Mitglieder des russischen Nebenzweiges der Linie Berleburg, die heute vor allem in Kanada leben, führen alle den Namen Fürst bzw. Fürsten zu Zeyn-Wittgenstein, kaiserlich-russischen Generalleutnant und Sohn des Grafen Christian Ludwig zu Zeyn-Wittgenstein-Ludwigsburg. Die russischen Titel wurde so dann von den Nachfahren von Peters II. Sohn Friedrich weitergeführt, während der vierte und jüngste Sohn Alexander die Linie Zeyn-Wittgensteinsan fortführte. Als Chef des Gesamthauses wird im historisch-genalogischen Sinne entsprechend dem Hausgesetz Richard zu Zeyn-Wittgenstein-Berleburg bezeichnet. Persönlichkeiten Bekannte Träger des Namens sind Johann VIII. Oberst im Dreißigjährigen Krieg, seit 1652 Regent von Hohenstein. Luise Juliane zu Zeyn-Wittgenstein-Zeyn, Gräfin zu Erbach, Regentin der Grafschaft Zeyn-Wittgenstein-Zeyn. August David zu Zeyn-Wittgenstein-Hohenstein, Regent der Grafschaft Zeyn-Wittgenstein-Hohenstein. Kasimir von Zeyn-Wittgenstein-Berleburg, Regent der Grafschaft Wittgenstein-Berleburg. Bauherr anschloss Wittgenstein und religiös toleranter Landesherr. Friedrich Karl von Zeyn-Wittgenstein-Hohenstein, deutscher Fürst. Ludwig Adolf-Peter zu Zeyn-Wittgenstein, Generalfeldmarschall der russischen Armee. Wilhelm zu Zeyn-Wittgenstein-Hohenstein, preußischer Minister. August Ludwig zu Zeyn-Wittgenstein-Berleburg, General und nassauischer Staatsminister. Ludwig Adolf-Peter zu Zeyn-Wittgenstein-Zeyn, russisch-deutscher Fürst. Caroline zu Zeyn-Wittgenstein, Lebensgefährtin Franz Liszt. Emil zu Zeyn-Wittgenstein-Berleburg, kaiserlich-russischer General. Ludwig zu Zeyn-Wittgenstein-Hohenstein, deutscher Standesherr. Gustav Albrecht zu Zeyn-Wittgenstein-Berleburg, deutscher Offizier, Chef des Hauses von Zeyn-Wittgenstein-Berleburg. Margareta zu Zeyn-Wittgenstein-Berleburg, schwedische Griffin. Heinrich Prinz zu Zeyn-Wittgenstein, deutscher Nachtjägerpilot im Zweiten Weltkrieg. Kasimir Johannes Prinz zu Zeyn-Wittgenstein-Berleburg, deutscher Unternehmer und Politiker, Europaabgeordneter von 1979 bis 1984. War er als Landesschatzmeister der hessischen CDU in die CDU-Spendenaffäre verwickelt. Marianne Zeyn-Wittgenstein-Zeyn, österreichische Fotografin. Richard zu Zeyn-Wittgenstein-Berleburg, deutscher Unternehmer. Alexander zu Zeyn-Wittgenstein-Zeyn, deutscher Unternehmer, Präsident der Deutschen Burgenvereinigung e. V. Braubach und Chef des Hauses Zeyn-Wittgenstein-Zeyn. Gabriela zu Zeyn-Wittgenstein-Zeyn, deutsche Unternehmerin. Friederike zu Zeyn-Wittgenstein, Professorin für Pflegewissenschaft, Fachhochschule Osnabrück. Nathalie zu Zeyn-Wittgenstein-Berleburg, deutsch-dänische Tressurreiterin. Philippa Zeyn-Wittgenstein, deutsche Fotografin und Tagebuchautorin. August Wittgenstein, deutscher Schauspieler. Siehe auch, Grafschaft Zeyn, Grafschaft Wittgenstein, Liste der Regenten von Wittgenstein. Genealogisches Handbuch des Adels. Liste deutscher Adelsgeschlechter NZ.